berlin knalltrauma 90er jahre in neukölln lebten damals fast nur arme jeder fennig wurde zehnmal umgedreht silvester war es laut im neuen testvideo wie ihr seht heute die fantastic vor single shots vom aldi süd gekauft für 2 euro und 99 glaube ich also all die süd fantastic vor los geht's so bombenrohre stehen zum abschluss bereit erstmal wieder je einen und dann zwei gleichzeitig von links nach rechts so und jetzt noch die letzten zwei stehen jetzt richtig schön etwas schräg nach vorne dass die perfekte abschlussposition und 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 und